Die Modellvermesse 2017 ist eröffnet! Endlich alle Hintergitter! Wieso ist da kein Schild mit Füttern und Necken und so? Schön Sitze machen! Der Robert trinkt Weißlein! Ist das ein Tuning oder was machst du da? Weiß einfach nicht! Die Dreitecker sind langweilig, aber hinter mir macht sich der Franzi schon bereit. Dann ist es nicht mehr langweilig! Das ist der Franzi! Der Franzis Gstaadt und Klontake! Franzi! Franzi! Ja! Ist das Kattropel? Kattropel! Das ist ganz super! Der hat auch kein Getriebe! Weißt du, der Butterwelle ist mit der Form in der Velle versetzt! Das wird uns aber schmecken! Jetzt geht's los! Das ist auch noch Eis! Entschuldigen Sie, lassen Sie den jetzt steigen? Nein, ich lasse einen fliegen. Oder einen fahren. Ja, genau. Erst fahren, dann fliegen und dann wieder fahren. Der Franz ist unser einziges Klubmitglied, den man am Geruch erkennt. Es riecht immer noch aktivater und superglöber. Ja, ich bin entzückt, der Franz ist sofort erkrankt. Können Sie das aufmalen, bitte? So, der Ölflugstag neigt sich dem Ende zu. Wir sagen gute Nacht und danke fürs Vorbeikommen. Morgen, 9 Uhr, sind wir wieder da. Jan, 10 Uhr, sind wir wieder da. Wir machen crazy. Wir machen crazy. Let's go!